Was ist für mich typisch lokal? Ein Glas Milch von einem Bauernhof, wobei natürlich zu bedenken ist, dass die Schweizer Landwirtschaft 90 Prozent der Technologien aus dem Ausland importiert. Von daher ist eben auch ein bisschen globales Business drin. In Bezug zu meinem Fussabdruck würde ich sagen, ich bin relativ bescheiden, wohnen in einer Minergie-Wohnung, in einer jetzt bald fünfkäpfigen Familie und gehe meistens zur Arbeit mit meinem E-Bike oder dem öffentlichen Verkehr. Und was wäre denn der Wunsch in der Technik für eine nachhaltige Landwirtschaft? Da würde ich jetzt mal sagen, dass wir es schaffen müssen, wegzukommen von einer petrochemischen Industrie hin zu einer biobasierten Industrie. Und da würde natürlich auch die Rolle der Biotechnologie eine wichtige Rolle spielen.